so leute eine neue video folge steht an diesmal heißt es 5 euro feuerwerk gegen 50 euro feuerwerk das werden die 50 euro batterie die ich am schluss natürlich schießen werde und für fünf euro habe ich hier sehr sehr schöne produkte rausgesucht pro stück halt ungefähr fünf euro bengaltopf schöne gau menschen dann die reno dann 12 polizei von pyrolands und dreierschuss dann die ying und yang von lidl die herr boy sagen wir noch die tristan hier ist noch die evil eye und die pyro max pyro zone anfang tun wir jetzt hier mit dieser young fontaine als nächstes gibt es die funke geysirkaliber c so 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 jetzt geht es weiter jetzt nehmen wir mal den pyroland 3 klang coco glitter so als nächstes schießen wir mal hier einen klassiker und zwar die autos so 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 Sollte So, als nächstes kommen die schönen Bombenohre Sputniks von Leslie. So Leute, weiter geht's mit Bombenohren, 30mm, Singleshot und Bigshot von Xplode. So, jetzt geht's. Jetzt gibt's hier noch so einen schönen Begaltopf in blau. So, jetzt haben wir hier noch vier kleine Batterien übrig und die große 50 Euro Batterie. Jetzt geht's weiter mit der Leslie 12 Polizei. Jetzt geht's weiter mit der Leslie 12 Polizei. Und jetzt geht's weiter mit der Leslie 12 Polizei. Die 16 Schuss Batterie vom Penny, die Evil Eye. Vier Batterien sind jetzt noch übrig. Jetzt kommt die Hellboy von Lidl, ein Klassiker. Und jetzt geht's weiter mit der Leslie 12 Polizei. Jetzt kommt die Pyrozone von Pyromax. Und jetzt geht's. Jetzt die vorletzte Batterie, auch eine sehr schöne, die Tristan von Aldi Süd. Und danach Leute, 50 Euro Feuerwerksbatterie. Huang Forget. Jetzt das disposieren. Alles gut. Jetzt Leute ist es soweit, die 50 Euro Feuerwerksbatterie, das ist eine Batterie im Kaliber 25 mm, 15 Sekunden Brenndauer, 32 Schuss, 488 Gramm Explosivmasse, 50 Meter Steighöhe und sie heißt Butterfly Blues. So, die Batterie ist ausgepackt und startklar, Butterfly Blues, 50 Euro Feuerwerksbatterie. Ja, das war sie, die 50 Euro Feuerwerksbatterie. Ich habe halt mal eine ganz besondere Batterie, eine Feuertopf-Fächerbatterie rausgesucht. Naja, mit extrem breiter Fächerung und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.